Und da habe ich zu meiner Schwester gesagt, also war am Nachmittag des ersten Mai, komm mit, wir gehen ins Göppelshaus, dort kriegen wir also Essen. Das war aber so eine Art Gerücht? Das war ein Gerücht, ja, war ein Gerücht. Im Göppelshaus kriegte man Essen, wenn man hinkäbe. Und dann sind wir also den Tunnel langgelaufen. Sie und Ihre Schwester? Ja, und am Tiergarten war so ein Notausstieg, wie sie ja heute auch da, ich weiß nicht, ob noch einer da ist, aber jedenfalls, wo man heute aus dem Tunnel rauskommen kann. Und da sind wir raus, und das war in etwa die Höhe der amerikanischen Botschaft, also kurz, wo die Ruine stand, die war ja ausgebrannt. Und da sind wir also vorsichtig raus, und das ist das, was ich als Wunder angucke. Es sollen zu der Zeit ja schon die Russen im Reichstag gewesen sein. Aber von denen haben wir da nichts gemerkt. Sondern wir sind also über die Straße gerannt, und da war ich fassungslos, da lag. Diese Ministergärten waren durch eine Mauer in preußisch-gelb von der Straße getrennt, und da waren in gewissen Abständen so große Tore als Eingänge, mit dem Preußenadler oben drauf, links und rechts flankiert. Und dieses Tor, das erste Tor vom Brandenburger Tor aus gesehen, stand halb offen. Und davor lagen zwei tote Russen, hatten hier Kopfverletzungen. Also ich habe in Erinnerung, als wären sie mit einem Spaten erschlagen worden. Und da habe ich meiner Schwester gesagt, was machen die denn hier, wo kommen die denn her? Jedenfalls sind wir aber rein, und im Dr. Goebbels Haus, das war, ich konnte das alles nicht verstehen. Für mich war das, da trafen wir zunächst auf niemanden. Wir sind in das Goebbels Haus rein, wir sind in die Garten rein, das Goebbels Haus rein, in der früheren Wohnhalle, die leer war von dem Goebbels Haus, stand ein einsames, schweres Maschinengewehr in Richtung Eingang gerichtet, aber niemand dabei. Und im Hintergrund hörten wir die Stimmen von Soldaten, die anscheinend aber auch hier tranken. Deutschen Soldaten. Deutschen Soldaten, ja. Deutschen Soldaten. Und die haben wir dann gefragt, ob wir was zu essen kriegen konnten, und da haben sie gesagt, ja klar, kommt. Und dann kriegten wir also Kekse und Gebäck und Marzipan und also lauter solche Sachen, die wir schon ewig nicht mehr gesehen hatten. Und wir gingen auch wieder zurück, auf demselben Weg wieder zurück. Und ich frage mich also hinterher heute, oder auch in den Jahren danach schon, die Russen haben, weiß ich wie viele Leute, eingesetzt und verloren zur Erstürmung des Reichstages als Symbol des Deutschen Reiches, was es überhaupt nicht war. Und der Eingang zur Reichskanzlei stand offen. Und der Eingang zur Reichskanzlei stand offen.